servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal teil 3 des ruhm des herrschenden schlachtzüglers und wir sind unterwegs bei the nine mit dem erfolg neun mal klug und der erfordert letzten endes dass ihr aus neun dieser kleineren splitter diese eis debuffs einen ganz großen macht vereinfacht gesagt wie das ganze funktioniert ihr bekommt ab der zeit wo skia aktiv ist in regelmäßigen abständen ich glaube es waren 40 50 sekunden bekommen zwei spieler oder drei und ich glaube es waren sogar drei bei unserer gruppengröße diesen debuff gesteckt ein debuff auf einem ist kein problem lässt sich locker gegenheilen sobald dann neun dieser debuffs im raid sind haben wir gesagt gehen wir in die mitte und dann wird stück für stück dispelled einer kriegt den debuff runtergenommen das heißt jemand anders hat dann zwei und so werden die debuffs nach und nach aus dem verkehr genommen achtet also wirklich darauf dass ihr nur in diesem camp dispelled werdet und achtet vor allem darauf wenn ihr zu lang braucht es werden irgendwann noch mal neue fragmente hinzukommen die vielleicht bei den restlichen raid mitgliedern sind wenn ihr da dann entspelt kann es passieren dass euch der ganze bumms wild durch den raid fliegt dass es uns dann letzten endes passiert weswegen das ein richtiges chaos wurde so jetzt ist er von mir runter und jetzt versuchen wir gerade die debuffs ein bisschen auszudünnen dass weniger spieler diese haben da kommt dann auch teilweise tatsächlich mit der mensch rein weil wenn ein spieler 89 stacks auf sich hatte das tickt extrem runter also da müssen die heiler gut aufpassen jetzt haben wir zum beispiel dann gleich den fall wo wieder so jetzt kommen zwei neue fragmente mit dazu und zwar jetzt eins auf mich das war jetzt halt ganz normal aber das wurde jetzt halt wild hin und her dispelled bevor wir überhaupt da in der mitte waren und das führte dann letzten endes dazu dass die debuffs nicht da waren wo sie es eigentlich sollten also wirklich nur macht einen fixen punkt auf und auch nur auf diesem punkt werden die leute dispelled fertig natürlich müsst ihr auch noch mit den anderen abilities klarkommen was an sich nicht so schwer wäre wenn ihr euch nicht so doof anstellt mit dem die spielten wie wir so da kippt einer um jetzt hat macht gut unter die key die stacks wird da seht ihr wie sein lebensball im ping pong spielt und jetzt hat es tatsächlich gereicht die empfehle euch ein addon wie instant achievement tracker instance achievement tracker das sagt euch dann wenn ihr die bedingungen erfüllt habt und wenn das dann erledigt wurde knallt ihr den boss um also wie gesagt mindestens neun stacks braucht ihr und solange das ganze koordiniert sollte der erfolg nicht allzu schwer sein wenn euch das video gefallen hat like abo glocke da lassen würde mich sehr freuen und damit bedanke ich mich fürs zusehen wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin reingehauen und